In diesem Video stelle ich euch das neue Filmora 14 von Wondershare vor. Das ist ein Programm für die Videobearbeitung. Ich habe bereits auch die vorgelegene Version auf dem Kanal hier ausführlich vorgestellt und dort die Grundlagen von dem Programm erklärt. Auch dieses Video richtet sich diesmal wieder an die Anfänger, aber eben auch speziell an die Leute, die vielleicht schon in der fortgeschrittenen Videobearbeitung drin sind. Das Video soll aber hier speziell auf die Grundlagen der Videobearbeitung eingehen, also wie bediene ich überhaupt dieses Programm, worauf muss ich achten, wenn ich dieses Programm nutze und vielleicht sind da auch noch ein paar Tipps und Tricks für euch dabei, die euch eben auch die Videobearbeitung einfacher machen. Aber ich gehe auch in diesem Kanal auf die Neuerungen von Filmora 14 ein, denn das Programm ist wirklich voll mit künstlicher Intelligenz und mit wirklich vielen nützlichen Funktionen, die eben auch gerade im Anfängerbereich eure Videobearbeitung weiter vereinfachen können. Von daher, bleibt dran! Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, wie gesagt, ein Video über Filmora 14. Ihr lernt jetzt die ganzen Grundlagen und eben auch verschiedene Neuerungen aus der neuen Version kennen. Von daher, falls ihr, wie gesagt, noch Anfänger seid, dann könnt ihr dieses Video gerne anschauen. Ich habe dieses Video auch in Kapitel aufgeteilt, von daher könnt ihr auch unten in der Videoleiste einfach schauen, was für euch wichtig ist und da dann hinskippen, also das ist gar kein Problem. Schaut da einfach nach, was für euch wichtig ist und dann könnt ihr dieses Video eben jetzt hier durchgehen. Und ich hoffe, dass ihr dann am Ende eben Bescheid wisst, wie ihr eure Videos mit Filmora 14 einfach und wirklich schnell bearbeiten könnt. Steigen wir also jetzt ein. Legen wir los mit dem Start von Wondershare Filmora 14. Nachdem ihr das Programm gestartet habt, gelangt ihr auf diesen Startbildschirm. Der sieht wie folgt aus. Ihr könnt hier ein neues Projekt erstellen. Hier oben könnt ihr dann auch vorab das Seitenverhältnis von eurem Projekt einstellen. Also Standard 16 zu 9 oder 9 zu 16, falls ihr im Hochformat eben ein Video erstellen wollt. Aber ihr habt auch weitere Formate, die ihr direkt gleich hier am Anfang auswählen könnt. Dann habt ihr hier Funktionen, Schnellstartfunktionen, wie zum Beispiel ein intelligentes Kurzvideo oder auch die KI-Farbpalette, die ihr direkt starten könnt. Das sind neue Funktionen. Ihr könnt auch hier auf mehr gehen und schon seht ihr im Prinzip alle Schnellstartfunktionen, womit ihr direkt dann arbeiten könnt. Also zum Beispiel auch eine KI-Videoverbesserung. Da könnt ihr draufklicken und könnt dann dort euer Video hinzufügen, was eben qualitätsmäßig verbessert werden soll. Aber ihr seht schon selbst, es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Schnellstartfunktionen. Das soll euch einfach das Ganze ein bisschen erleichtern, denn hier könnt ihr draufklicken und seid dann direkt bei dieser entsprechenden Funktion. Jetzt gehen wir wieder auf Projekt erstellen. Hier unten findet ihr dann die lokalen Projekte. Also das sind die Projekte, an denen ihr kürzlich gearbeitet habt. Die können dann hier aufgelistet werden, je nachdem, wie viele ihr kürzlich geöffnet habt. Gut, das also dazu. Ansonsten habt ihr hier drüben die Filmora Cloud, den Creator Hub, wo ihr euch noch ein paar Informationen im Prinzip holen könnt, was ist denn so angesagt. Das seht ihr also hier. Und jetzt blicken wir aber mal auf neues Projekt erstellen und schon gelangt ihr dann auch direkt hier auf den Hauptbearbeitungsbildschirm. Ihr seht schon selbst, so ist Filmora 14 also aufgebaut. Ihr habt natürlich hier oben erstmal Datei bearbeiten, Werkzeuge, Ansicht, Hilfe. Dann habt ihr hier im Prinzip eure wichtigen Elemente. Die Medien, die ihr hier hinzufügen könnt, eure Archivmedien. Das ist dann ein großes Repertoire von verschiedenen anderen Medien, so Farbverläufe, aber auch Beispielvideos, die ihr eben hier nutzen könnt und euch anzeigen lassen könnt. Dann gibt es eben auch einheitliche Farben. Also wenn ihr jetzt sagt, ich brauche gerade mal einen blauen Hintergrund, den könnt ihr ablegen. Farbverläufe, da gibt es also sehr, sehr viel. Ihr könnt auch KI-Bilder erstellen lassen, dazu kommen wir später vielleicht nochmal. Dann gibt es hier Audio, also hier gibt es Soundeffekte, Musik. Ihr könnt dann immer hier oben entsprechend auch die ganzen Dateien, die Audio-Dateien, die hier in Filmora enthalten sind, durchsuchen. Also gebt da einfach Schlagwörter ein, das ist möglich. Dann gibt es hier den Punkt Text, da gibt es auch ganz, ganz verschiedene Kategorien. Die Übergänge, die Effekte, die Filter, die Sticker und eben auch andere Vorlagen, wie zum Beispiel hier solche Vorlagen von einem Produktvideo, von so einem kleinen Imagefilm, den ihr dann einfach verwenden könnt, um das Ganze so als Aufhänger zu nehmen. Also das findet ihr eben hier oben. Dann habt ihr hier unten eure Bearbeitungszeitleiste, die sogenannte Timeline und dann eben hier den Bereich, wo euer Video angezeigt wird. Hier drüben habt ihr im Prinzip die Projektinfo, also falls ihr an eurem Video bearbeitet, werden euch hier weitere Informationen und Hinweise bereitgestellt, dazu aber auch gleich. Jetzt klicken wir mal hier oben auf die Datei, denn hier gibt es einen wichtigen Punkt, nämlich die Projekteinstellungen. Und wenn ihr die Projekteinstellungen öffnet, könnt ihr zum einen natürlich das Seitenverhältnis wählen, was ihr auch am Anfang auf dem Startbildschirm schon einstellen könntet. Ihr könnt aber auch hier Benutzer definiert wählen und euer Seitenverhältnis selbst eingeben. Speziell könnt ihr hier auch nochmal die Auflösung von eurem Video bzw. von eurem Projekt dann einstellen. Das ist dann die Ausgabeauflösung, also zum Beispiel 4K oder eben Full HD. Ich lasse das jetzt einfach mal auf Full HD und natürlich auch die Bildrate könnt ihr hier einstellen und allgemein auch den Farbraum. Das ist also vordefiniert, das können wir am Ende in den Exporteinstellungen auch noch ändern, aber so kann man eben dann direkt an diesem Projekt einheitlich arbeiten. Und weiterhin gibt es hier auch noch die allgemeinen Einstellungen von Filmora, wo ihr Veränderungen vornehmen könnt, beispielsweise bei der Bearbeitung. Wenn ihr Fotos zur Timeline hinzufügt, wie lange soll die allgemeine Dauer von den Fotos sein? 5 Sekunden. Ihr könnt aber auch 10 oder eben 2 einstellen, Effektdauer und so weiter. Also sowas könnt ihr hier zum Beispiel einstellen, euren Ausgabeordner und andere Sachen. Dann gehen wir aber auch nochmal auf die Tastenkombinationen, denn auch das ist sehr interessant, gerade wenn man etwas fortgeschrittener in der Bearbeitung ist. Es muss schnell gehen, wir müssen viele Projekte erstellen. Da kann man dann eben mit Tastenkombinationen arbeiten, indem man zum Beispiel STRG und S drückt, um ein Projekt zu speichern. Oder zum Beispiel hier auch andere Werkzeuge schneiden, STRG B. Ihr könnt aber auch draufklicken und das Ganze dann eben verändern, indem ihr zum Beispiel die Taste S oder ähnliches drückt. Also das könnt ihr dann so definieren, wie ihr möchtet und schon könnt ihr eben daran einfach schneller bearbeiten. Ihr habt hier also ganz, ganz verschiedene Tastenkombinationen. Ihr könnt auch einen, ja zum Beispiel auf die Leer-Taste drücken, um euer Video direkt immer abzuspielen. Also das sieht dann wirklich abenteuerlich aus, wenn man schnell bearbeitet und das eben mit Tastenkombinationen. Auch das ist möglich, die könnt ihr also hier ganz einfach ändern. Das für euch zur Information, denn das wissen viele nicht. So, nun legen wir aber mal los und wollen ein Video zu unserem Projekt hier hinzufügen. Deswegen geht ihr direkt hier auf Medien und findet hier den Punkt Importieren. Ihr könnt hier eure Videos hineinziehen oder ihr klickt eben drauf und öffnet den entsprechenden Ordner, wo man eben dann diese Videos findet. Ich füge jetzt hier einfach mal allgemein, ja diese Videos hier hinzu. Ist das mal vollkommen egal, was das für Videos sind. Ich klicke auf Öffnen, die werden jetzt hier hinzugefügt und es kommt der Hinweis, ob ich denn Proxydateien erstellen möchte. Proxydateien könnt ihr dann erstellen, wenn euer PC nicht ganz so leistungsstark ist und ihr mit wirklich hochauflösenden Videos arbeitet. Denn dann kann es eben sein, dass das Programm bzw. euer PC dann die Leistung ein bisschen reduziert und ihr bekommt dann so eine haklige Ansicht. Es hakt ein bisschen, weil euer PC nicht ganz hinterher kommt mit dem, was eben hier dargestellt werden soll. Deswegen könnt ihr vorab Proxydateien erstellen und könnt dann an diesen Dateien, die für euch in voller Qualität im Prinzip wiedergegeben werden, reibungslos arbeiten. Und beim Export von eurer Enddatei, also von eurem Endvideo, wird natürlich das hochauflösende Video exportiert. Also da habt ihr keine Einbußen. Nur für eure Bearbeitung, das wird besser. Ich klicke hier aber auf Nein, denn mein PC ist im Prinzip leistungsstark genug, um das eben darstellen zu können. Wir haben jetzt also hier unsere Videos und mit denen können wir jetzt arbeiten. Wir können diese Videos natürlich auch noch ein bisschen organisieren. Wir haben jetzt hier mehrere Videos. Stellt euch vor, ihr habt 30, 40 oder sogar mehr Videos und habt alles andere Szenen. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, ich füge hier einen weiteren Ordner hinzu. Ich gehe also hier hin, klicke auf den Ordner, rechtsklick drauf und erstelle einen neuen Ordner. Und nenne den jetzt zum Beispiel Videos eigene oder nennt den einfach irgendwie, wie ihr nennen wollt. Und da könnt ihr dann eben zum Beispiel solche Videos hier hineinziehen und könnt dann speziell eben diese Videos dann auswählen. Die werden euch dann nur in diesen Ordner angezeigt. Das ist also für eure Organisation sehr gut. Ihr könnt natürlich auch noch weitere Ordner hinzufügen oder auch Ordner löschen. Ihr findet auch hier gemeinsame Archivmedien. Archivmedien, im Übrigen, wenn ihr hier Videos hineinzieht in diesen Ordner, die werden bei jedem Projektstart von Filmora dann immer geöffnet. Nehmen wir an, ihr habt ein Intro, dann könnt ihr das hier hineinziehen und immer wenn ihr ein Video erstellt, könnt ihr dann auf dieses Intro zurückgreifen, ohne dass ihr es jedes Mal wieder zu einem Projekt hinzufügen müsst. Das ist also auch sehr, sehr genial und einfach. Ansonsten hier gibt es noch ein paar andere Funktionen, die nicht weiter von Relevanz sind. Eine Anpassungsebene, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen. Da könnt ihr dann verschiedene Änderungen vornehmen, die dann eben auf alle Videos angewendet werden. Und hier gibt es zusammengesetzte Videos, da sind wir aber auch noch nicht. Nun, jetzt fügen wir ein Video zu unserer Timeline hinzu. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Video und nun werden wir gefragt, in welcher Auflösung wollen wir es nicht verändern. Dann fügen wir es im Prinzip so hinzu, wie wir unsere Projektdatei erstellt haben, also Full HD. Oder wollen wir es an die Mediendatei anpassen. Das wäre, wir fügen das Video jetzt in einer 4K-Auflösung hinzu. Weil mein Video aber nur in Full HD exportiert werden soll, klicke ich einfach auf nicht verändern. Und deswegen wird das dann eben ganz normal in einer Full HD-Auflösung hier zu unserer Timeline hinzugefügt. Wir können ja auch einfach nochmal ein weiteres Video hinzufügen. Zum Beispiel dieses, das mache ich auch nicht verändern. Und dann fügen wir vielleicht nochmal dieses Video hier hinzu. So, jetzt haben wir hier drei Videos. Ihr seht schon selbst, wie ich die Timeline hier anpasse. Wir haben im Prinzip jetzt ein Video von über, ja, 1 Minute 5 von der Dauer. Und ich kann im Prinzip hier mit diesem Schieberegler ganz einfach mir dieses Video dann darstellen lassen. Ich kann dann die verschiedenen Zeitpunkte hier gehen. Ich klicke einfach an die Sekunde und schon wird dann eben auch dieses Video in der Hinsicht dargestellt. Das funktioniert also so. Ihr könnt dann auch in die Timeline weiter reinzoomen, indem ihr hier drauf bleibt und das Ganze einfach größer zieht. Oder eben in die andere Richtung. Dann wird es kleiner. Ihr könnt also mehr darstellen. Die Sekunden werden immer anders dann dargestellt. Und hier seht ihr eben wirklich die einzelnen, ja, Millisekunden schon. Also ihr könnt dann Frame für Frame hier eben sehen. Je mehr ihr reinzoomt, das ist also auch wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Und so habt ihr jetzt also eure Videos hier abgelegt und konntet die Timeline anpassen. Hier drüben seht ihr also euer Vorschaufenster, wo ihr seid. Ihr könnt natürlich hier ganz einfach auf Abspielen klicken und schon wird da dieses Video eben abgespielt. Ihr könnt dann auch immer auf diesen Bereich hier gehen, das heißt dann vorwärts oder eben rückwärts. Dann könnt ihr wirklich Frame für Frame in diesem Video nach vorne springen. Ich mache das Ganze mal hier, da sieht man vielleicht den Unterschied mehr. Genau, zipp, 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 zipp. Dann seht ihr eben wirklich jede einzelne Frame, der wird hier direkt bewegt oder eben rückwärts. Da könnt ihr sehr, sehr präzise arbeiten. Das ist auch wirklich gut gemacht. Ansonsten könnt ihr auch hier, hier drüben, in diesem Bereich euer Video anpassen. Zum Beispiel von der Skalierung oder auch von der Rotation und so weiter. Ihr könnt Keyframes hinzufügen, das funktioniert alles. Aber falls ihr sagt, dieser Videobereich hier ist mir etwas zu klein, auch wenn ich den größer ziehe, es wird mir alles so ein bisschen zu klein angezeigt. Ich möchte hier gerne ein größeres Bearbeitungsbild haben. Dann geht ihr einfach hier oben auf die Ansicht, geht auf den Layout-Modus und wählt dann Klassisch. Denn dann wird eben diese Zeile hier entfernt. Ihr könnt das Video im Prinzip größer machen und wenn ihr dann doch wieder in diese Einstellungen kommen wollt, klickt ihr einfach Doppelklick auf das Video drauf und schon wird euch das, was euch hier drüben eben angezeigt wurde, eben hier in diesem Fenster angezeigt. Finde ich immer besser zur Bearbeitung, denn da habe ich einfach mehr von dem Video, kann das Ganze hier größer ziehen. Und ja, von daher, je nachdem wie groß euer Bildschirm ist, falls ihr natürlich auf 40 Zoll oder ähnliches arbeitet, könnt ihr es auch drüben lassen. Deswegen kommt halt darauf an. Der eine hat es gern so, der andere dann eben wieder anders. Das also auch für euch zur Information. Ich lasse das jetzt einfach mal so und so könnt ihr dann eben jetzt beginnen mit eurem Video mit der Bearbeitung. Nun möchte ich an diesem Video hier mal etwas schneiden. Ihr seht also jetzt hier möchte ich gerne einen Cut machen. Das ist mir jetzt zu lang. Jetzt könnte ich ganz einfach hier drauf gehen auf dieses Schneidewerkzeug, was jetzt immer direkt angezeigt wird. Und schon seht ihr, habe ich diesen Bereich jetzt abgeschnitten. Was soll mit diesem Video passieren? Ich kann jetzt Rechtsklick drauf gehen und gehe dann einfach auf Löschen. Dann entsteht diese Spalte. Ich kann aber auch das Ganze nochmal rückgängig machen. Drücke einfach die Entfernen-Taste auf der Tastatur. Also auch das ist ganz einfach möglich. Oder wenn ich das Ganze jetzt nicht geschnitten habe, kann ich auch einfach hier hingehen, gehe an diesen Endbereich von dem Video und ziehe dieses Video hier hin. Das rastet direkt ein und schon ist das eben auch in diesem Bereich geschnitten. Wenn ich jetzt zu viel abgeschnitten habe, kann ich es auch wieder verlängern und schon wird das Video eben bis zu diesem Bereich geschnitten. Wenn ihr jetzt das Video geschnitten habt und es entsteht dann dieser Bereich, müsstet ihr prinzipiell diese anderen Videos wieder ranholen. Das ist manchmal nicht ganz so schön. Um das zu vermeiden, könnt ihr aber auch ganz einfach hier auf der Timeline genau dieses Symbol hier drücken. Es gibt dann nämlich die magnetische Zeitleiste und da könnt ihr dann eben drauf tippen, löscht dann diesen Bereich und schon wird direkt dieser andere Bereich automatisch wie ein Magnet herangezogen und dieser Bereich geschlossen. Also wir cutten das Video nochmal hier und zum Beispiel dann nochmal hier an dieser Stelle machen Entfernen. Das Video wird herangezogen. Hier hinten entfernen wir auch und schon haben wir dann immer direkt diese Bereiche geschlossen. Wenn ihr aber sagt, das möchte ich nicht, dass das immer direkt herangezogen wird, dann lasst das einfach deaktiviert. Dann entsteht eben diese Lücke. Seid dann aber auch sicher, dass ihr eben nicht diese Lücke habt, denn ansonsten habt ihr einen schwarzen Bildschirm. Da müsst ihr also am Ende drauf achten. Das also zum Schneiden geht wirklich ganz ganz einfach und richtig schnell. Ihr könnt natürlich auch die Videos etwas überlappend darstellen, indem ihr zum Beispiel hier dann dieses Video eine Videospur nach oben legt. Dann wird direkt eine neue Videospur erzeugt und dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen, ich lege dieses Video hier ein bisschen drüber. Dann muss ich das jetzt nicht schneiden. Gucke, was am Ende dann passiert. Also auch das ist möglich. Dann läuft das eine Video drunter noch ein bisschen weiter. Gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Video mit Audio habt oder selbst vielleicht noch sprecht, könnt ihr euer nächstes Video schon etwas früher einklingen lassen. Trotzdem sprecht ihr noch weiter. Also da könnt ihr einfach mehrere Videos auch übereinander legen. Hier noch eine dritte Videospur. Alles mögliche. Ihr könnt so viele Videospuren haben, wie ihr gerne möchtet. Also das ist ganz einfach möglich. Natürlich mit ganz vielen verschiedenen Videospuren und eben auch Audiospuren zu arbeiten. Wenn ihr dann mal Übergänge hinzufügen wollt. Ihr seht schon selbst, wir haben hier keinen Übergang. Wir gehen direkt von diesem Video in das andere Video über. Da geht ihr hier auf die Übergänge. Und schon werden euch auch hier ein paar Übergänge angezeigt. Ihr habt wirklich sehr, 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 sehr viele Übergänge. Hier auch verschiedene Kategorien. Die können wir gar nicht alle durchgehen. Denn das wäre zu viel. Ich lege jetzt einfach mal einen meiner Lieblingsübergänge ab. Das ist der Warp Zoom 6. Der sich hier auch gut eignet. Ihr habt hier die Möglichkeit, diesen Übergang am Ende von dem einen Video einzufügen. Zu überlappen. Oder eben auf das andere Video zu übertragen. Ich lege ihn immer gerne überlappend. Denn dann sieht das Ganze eben auch wirklich gut aus. Und schon seht ihr eben, habt ihr dann solch einen Übergang. Wenn wir den wirklich selber erstellen würden, würden wir einige Zeit brauchen, um eben so einen Video, äh, um einen so einen Übergang zu erzeugen. Aber den können wir eben hier ganz einfach mit den Vorlagen verwenden. Und wenn ihr diesen Übergang von der Geschwindigkeit noch weiter anpassen wollt, könnt ihr Doppelklick drauf gehen. Könnt die Dauer hier zum einen direkt festlegen. Oder ihr zieht einfach am Ende von dem Übergang hier dran. Und ja, macht die Dauer entweder länger oder eben kürzer. Hier wird euch auch direkt angezeigt. Wir haben jetzt die Dauer von einer Sekunde. Und zwar genau jetzt. Jetzt ist der Übergang kürzer. Und schon seht ihr, wenn wir das jetzt machen, der Übergang ist deutlich schneller. Also das ist ganz einfach möglich. Hier könnt ihr eben auch einstellen, den Übergangsmodus, wie ihr ihn gerne hättet. Also das könnt ihr auch dann hier in diesem Bereich einstellen. Jetzt beim nächsten Video können wir zum Beispiel nochmal einen weiteren Übergang ablegen. Dann nehmen wir einfach mal diesen cinematischen Übergang. Auch den legen wir überlappend ab. Und machen auch die Dauer von einer Sekunde. Und dann sieht das eben ganz einfach so aus. Also wir kommen dann von diesem einen Video in das andere. Jetzt seht ihr aber, dieses Video ist hier auch in einem etwas anderen Format. Das wollen wir jetzt mal anpassen. Wollen wir etwas vergrößern. Deswegen klicken wir Doppelklick auf das Video drauf. Und hier kommen wir auf den Punkt Skalierung. Und das könnten wir hier Prozentzahlen eingeben. Oder wir erhöhen die Skalierung einfach über den Schieberegler. Und schon ist eben dieses Video auch größer geworden. Also sehen wir hier, haben wir dann diesen Übergang. Und es gibt natürlich auch noch ganz, ganz verschiedene andere Übergänge. Wie zum Beispiel auch diesen schnellen Wisch nach rechts. Den kann man auch ein bisschen anpassen. Und schon habt ihr dann eben so einen Übergang. Oder, oder, oder. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Übergänge, die ihr eben hier auswählen könnt. Das sind richtig, richtig viele. Mehrere hundert Stück. Und die kann man alle, wie gesagt, gar nicht zeigen. Aber so könnt ihr Übergänge hinzufügen. Ist natürlich auch immer wichtig bei verschiedenen Videos, dass ihr da auch mit ansprechenden Übergängen arbeitet. So, jetzt geht es aber etwas weiter. Ich habe ein weiteres Video jetzt hier hinzugefügt. Ob die Videos jetzt nun zusammen passen oder nicht, soll jetzt nicht Gegenstand dieses Videos sein. Die Kreativität müsst ihr dann selber entwickeln. Ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, wie ihr Videos allgemein bearbeiten könnt. Und hieran eben Veränderungen vornehmen könnt. Wie zum Beispiel auch Veränderungen an der Geschwindigkeit. Dieses Video ist zum Beispiel in Zeitlupe aufgenommen worden. Also deutlich von der Geschwindigkeit verringert. Wir wollen das Ganze jetzt mal erhöhen. Das sieht natürlich schon spektakulär aus, dieser Drift hier. Aber wir gehen jetzt mal Doppelklick auf dieses Video drauf. Denn jetzt können wir die Geschwindigkeit ändern. Und da findet ihr hier dann den Punkt Geschwindigkeit. Oder vielleicht auch bei euch hier drüben rechts. Je nachdem, welche Ansicht ihr habt. Ich arbeite, wie gesagt, gerne so. Weil hier habe ich größere Fenster. Das ist dann etwas einfacher. Und nun könnt ihr hier die Geschwindigkeit von eurem Video einstellen. Ihr könnt also hier den Schieberegler verwenden. Oder ihr schreibt direkt die Geschwindigkeit hier hin. Wollt ihr eine 1,5-fache Geschwindigkeit. Oder vielleicht auch eine 2-fache Geschwindigkeit. Oder eine 100-fache Geschwindigkeit. Wie auch immer. Ich nehme jetzt die 2-fache Geschwindigkeit. Denn dann sollte das in der Originalgeschwindigkeit sein. Und dann seht ihr eben, ja, das ist noch nicht ganz die originale Geschwindigkeit. Aber es sieht schon mal deutlich schneller aus, wie es eben war. Von daher, das ist also jetzt hier die 2-fache Geschwindigkeit. Ihr könnt das Ganze auch noch schneller machen. Dann habt ihr eben wirklich ein schnelles Video. Das ist möglich. Und gerade wenn ihr Videos von der Geschwindigkeit heruntersetzt. Also noch weiter in die Slow Motion geht. Dass es so langsam ist. Seht ihr schon selbst, dass dieses Video dann anfängt, so ein bisschen, ja, diese ruckartigen Bewegungen zu haben. Ihr seht also wirklich so Frame für Frame, der hier dann eben dargestellt wird. Das wirkt manchmal nicht ganz so flüssig. Wenn ihr da dann ein flüssiges Video erstellen wollt, da bietet euch Filmora die KI-Rahmeninterpolation. Und da könnt ihr hier dann, wenn ihr ein Video verlangsamt, auf optischen Fluss gehen. Denn wenn ihr wirklich ein sehr, sehr langsames Video haben wollt mit einer hohen Qualität, geht ihr auf optischen Fluss, klickt dann auf OK und exportiert dieses Video. Das können wir jetzt hier in der Vorschau nicht demonstrieren. Aber wenn ihr es dann exportiert habt, habt ihr wirklich ein flüssig glattes Video. Genau dasselbe, wenn ihr das Video sehr, sehr schnell macht. Dann habt ihr eben so ein schnelles Video, was zwar auch gut aussieht, aber vielleicht auch so ein bisschen ruckelig ist. Und da könnt ihr dann auf Frame-Überblendung gehen. Denn dann wird das Video zwar von der Qualität vielleicht nicht ganz so hoch sein. Aber ihr habt eben gerade in den schnellen Bewegungen eine deutlich flüssigere Bewegung. Das ist also auch für euch zur Info. Ansonsten könnt ihr auch hier das Video rückwärts abspielen. Das ist auch ganz einfach möglich. Das könnt ihr auch in dem Punkt Geschwindigkeit machen. Also Videos rückwärts abspielen. Nehmen wir mal an, wir haben das Video so und wir kopieren das Video noch einmal ans Ende. Dann könnten wir jetzt hier Doppelklick drauf gehen, rückwärts abspielen. Und schon habt ihr eben so und gleich kommt das Auto auch wieder zurück. Das ist also auch gleich mal so ein kleiner Trick. Auch so kann man manche Szenen gut darstellen, indem man sie einfach nochmal rückwärts abspielt. Also das wäre eigentlich für euch zur Information. So, jetzt haben wir also hier die doppelte Geschwindigkeit. Wir könnten das Ganze auch wieder auf 1 setzen. Und was es auch sehr, sehr Gutes gibt, ist das Speed Ramping in Filmora. Ihr könnt also zum Beispiel hier ein Montagevideo draus machen, indem ihr da drauf klickt. Und dann habt ihr zum Beispiel erstmal die einfache Geschwindigkeit. Dann wird die Geschwindigkeit erhöht. Und nun geht die Geschwindigkeit direkt wieder runter. In diesem Moment. Und dann läuft es auch ganz normal weiter. Ich könnte jetzt aber auch hier diese Punkte wieder verändern, weitere Punkte hinzufügen. Hier die Geschwindigkeit zum Beispiel nochmal deutlich erhöhen. Und dann hier zum Beispiel auch nochmal einen weiteren Punkt hinzufügen. Und schon sieht unser Video wieder etwas anders aus. Langsam, richtig schnell und weg ist er. Also auch sowas könnt ihr dann hier einstellen, indem ihr dann eben hier diese Vorlagen wählt, wie euer Video sein soll. Da könnt ihr einfach dann hier die Geschwindigkeit einstellen. Ihr seht das selbst an diesen Punkten. Die Punkte könnt ihr verschieben, könnt weitere Punkte hinzufügen. Und so könnt ihr dann eben dieses Video an den verschiedenen Stellen von der Geschwindigkeit steuern. Also wirklich auch eine sehr, sehr einfache zu bedienende Funktion, aber geniale Funktion. So, ein weiterer Punkt bei der Videobearbeitung ist natürlich die Farbanpassung. Wenn ihr also sagt, ich bin mit den Farben von meinem Video noch nicht ganz so zufrieden, dann könnt ihr auch Doppelklick auf das Video drauf gehen und findet dann den Punkt Farbe. Denn hier könnt ihr nun eine vollständige Farbanpassung von eurem Video vornehmen. Ihr habt also hier dann die Möglichkeit, die Videotemperatur zu verändern, also das Ganze wärmer oder kälter wirken zu lassen. Wir machen es jetzt mal ein bisschen kälter. Dann könnt ihr allgemein auch die Lebendigkeit von eurem Video ja weiter steuern. Auch hier Lebendigkeit unten, das sieht wirklich sehr, sehr trist und grau aus. Hier habt ihr einfach mehr Farben drin und natürlich die Sättigung könnt ihr erhöhen. Und weiterhin könnt ihr natürlich hier auch an der Belichtung arbeiten oder allgemein auch die Helligkeit. Das könnt ihr hier einstellen, die Schwarz- und Weißwerte, die Schärfe, vielleicht auch eine Vignette hinzufügen, weiß oder eben dunkel. Das könnt ihr auch hier einstellen. Da habt ihr also auch mehrere Möglichkeiten. Und was natürlich auch wirklich sehr, sehr gut ist, ist HSL. Ihr könnt hier verschiedene Töne von eurem Video einstellen, wie zum Beispiel hier diese Türkis-Blautöne. Die könnt ihr jetzt ändern. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viel Türkis drin. Da könnt ihr den Farbton nämlich ändern. Ich stelle den Farbton jetzt einfach mal auf Blau ein. Dann wird das geändert oder auf Grün. Je nachdem. Dann kann ich hier die Sättigung noch einstellen, wie das sein soll. Und schon könnt ihr euer Video ganz anders wirken lassen im Vergleich zum Anfang eben. Und weiterhin habt ihr hier auch Farbkurven. Da könnt ihr dann immer mal das Ganze im Augenblick behalten. Ihr könnt also auch hier Veränderungen dran vornehmen, das Ganze weiter aufhellen oder ein bisschen dunkler machen. Und wo ihr es eben aufhellen wollt, in welchem Bereich. Also das ist dann eher für die fortgeschrittene Bearbeitung, wenn ihr mit diesen Kurven arbeiten wollt. Oder eben auch hier mit diesen Farbrädern könnt ihr arbeiten. Das geht aber jetzt ein bisschen zu weit. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal das Grün von dem Fahrzeug verändern. Also auch da könnt ihr die Sättigung hier hervorheben. Das sieht man bei dem Auto, die Luminanz, dass das noch ein bisschen mehr leuchtet. So und jetzt spielen wir das Video mal kurz ab und es sieht wirklich ganz anders aus. Auch jetzt von den Farben im Vergleich zum Anfang. Hier ist nochmal das Standard Video. Also wir haben es jetzt so und ursprünglich war es aber so von den Farben. Wir haben also jetzt hier ein bisschen die Farben deutlich hier auch verändert. Also das nochmal für euch zur Information. So könnt ihr hier Farbveränderungen an eurem Video vornehmen. Was ihr auch machen könnt, ist die KI-Farbpalette zu nehmen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt hier auf dieses Video gehen und startet hier die KI-Farbpalette. und könnt dann das also jetzt als Referenz nehmen und könnt dann eben zum Beispiel hier auf generieren gehen und könnt dann eben diese Farbpalette, Entschuldigung, könnt also jetzt hier nochmal, so könnt also jetzt hier auf hinzufügen gehen und könnt jetzt hier eine Farbpalette generieren, speichern, anwenden und könnt dann auf dieses Video ja diese Farbpalette anwenden. Und schon habt ihr dann eben im Prinzip, wenn wir jetzt nochmal auf zurückgehen, die Farben von diesem Video hier, wiederholen, auf dieses Video angewendet, sodass sich diese beiden Videos ein bisschen mehr matchen von den Farben. So sieht es also aus und ihr habt dann im Prinzip, wenn ihr Videos habt, wir können das Ganze auch hier machen, so einen einheitlicheren Farbton. Also auch dieses Video entspricht dann von den Farben her diesem Video. Und dann habt ihr wirklich einheitliche Farben in eurem Video, indem ihr eben einmal diese Farben erstellt habt und könnt sie dann auf andere Videos übertragen. Nun möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Effekten in Firma 14 arbeiten könnt. Wir haben jetzt hier nochmal das als Beispielvideo. Ich habe jetzt hier einen Übergang abgelegt, wie zum Beispiel diesen Objektivzoom und hier dann nochmal einen weiteren Übergang. Und das sieht schon mal an sich ganz gut aus, aber wir wollen gerade jetzt bei diesem Übergang diese Videos noch etwas spektakulärer wirken lassen. Und das können wir ganz einfach mit Effekten, die wir hier hinzufügen, indem wir hier auf die Effekte gehen. Und da findet ihr dann zum Beispiel hier in der Kategorie Schütteln, Schüttel-Effekte. Und mit denen arbeite ich gerne. Also die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Zum Beispiel gibt es hier weiter unten die Hoch- und Runter-Effekte oder auch den Mild- oder Chaos-Effekt. Ich nehme jetzt einfach mal Hoch- und Runter-2 und lege den nicht auf das Video ab. Das könnten wir auch. Dann würde die ganze Zeit dieses Video schütteln. Das finde ich muss dann nicht ganz so sein. Ich lege das jetzt bewusst hier über den Übergang ab. Und zwar auch nicht über die ganze Dauer, sondern eben nur kurz nachdem der Übergang startet und dazwischen. Ihr habt eben auch schon selbst gesehen, ich passe diesen Effekt dann einfach an. Ich lege den ab und ziehe den anderen Seiten so von der Länge, wie ich ihn brauche. Und schon sieht eben jetzt der Übergang so aus. Ihr habt also jetzt diesen Zoom von diesem Objektiv. Achtung. Und es schüttelt nochmal hoch und runter. Zack. Es sieht also nicht nur wie ein Zoom aus, der sich so dreht, sondern dieses Video wird nochmal geschüttelt. Und vor allem, wenn ihr diesen Effekt weiter anpassen wollt, klickt ihr dann Doppelklick auf diesen Effekt drauf. Ihr könnt dann hier die Frequenz einstellen. Das Ganze also etwas langsamer machen. Und natürlich auch die Position, wie der eben dann so sein soll. Also das mal zum einen. Und jetzt hier auf den anderen Übergang. Auch da können wir einen weiteren Effekt ablegen. Wir haben jetzt hier diesen ähnlichen Zoom-Effekt. Und hier legen wir jetzt einfach mal einen Klitsch-Effekt ab. Wie zum Beispiel, nehmen wir einfach mal dieses schwache Signal. Ich kenne nicht alle Effekte. Ich habe noch nicht mit allen Effekten gearbeitet. Aber trotzdem probieren wir es einfach mal aus. Legen den auch hier so ab, dass der zeitlich zwischen dem Effekt liegt. Schon geht es los. Genau. Und auch das sieht gut aus. Ihr habt dann also wirklich nochmal diesen Klitsch-Effekt, dieses schwache Signal, die wenn eine kurze Störung wäre, wenn diese Videos hier weg sind. Und schon könnt ihr eben einfach euer Video mit solchen Effekten nochmal weiter aufpeppen. Ihr könnt auch allgemein diese Effekte auf euer Video ablegen. Schon wird dann dieser Effekt auf euer Video angewandt. Und ihr habt dann eben diesen Klitsch-Effekt das ganze Video über. Aber das finde ich teilweise ein bisschen viel. Ihr könnt natürlich auch diesen Effekt von der Stärke hier weiter anpassen, dass das eben nicht ganz so stark ist. Ja. Aber das muss man eben sehen. Ich lege das immer gerne über Übergänge ab. Müsst ihr einfach sehen, wie ihr am besten damit arbeitet. Oder am liebsten damit arbeitet. Zum Beispiel können wir auch hier die Farbstörung nehmen. Das geht natürlich auch. Hier einfach wieder einen kurzen Cut. Dann sieht es also so aus. Ja, passt nicht ganz so sehr, weil es wird dann so sehr hart dunkel. Ihr könnt es vielleicht von der Dauer nochmal anpassen. Geht dann schon mehr. Aber das passt jetzt nicht ganz so gut. Da fand ich den ersten Effekt auf jeden Fall besser. Hier vielleicht nochmal diesen Klitsch-Effekt. Also da einfach auch ausprobieren. Wenn ihr aber eure Effekte habt, auch das sieht gut aus, das können wir so lassen, wenn ihr aber eure Lieblingseffekte habt, dann könnt ihr mit denen dann immer wieder arbeiten. Es gibt hier ganz, ganz verschiedene, auch Flimmer-Effekte, Zoom-Effekte. Ja, Unschärfen-Effekte. Also auch sowas kann man nehmen. Klar, das ist ganz einfach möglich. Speziell auch für Videospiele. Zum Beispiel könntet ihr jetzt hier diesen Blitz hinzufügen. Also auch das können wir natürlich einfach mal machen. Die werden dann heruntergeladen, wenn ihr mit diesen Effekten noch nicht gearbeitet habt. Und jetzt könnten wir zum Beispiel diesen Effekt nochmal zusätzlich hier drüber legen. Dann müssen wir natürlich sehen, wo der Übergang dann startet. Genau hier, jawohl. Der Blitz und hier kann er im Prinzip auch schon wieder aufhören. Also legen wir einfach mal genau so ab. Und dann habt ihr zum Beispiel so einen Effekt. Also auch solche Effekte könnt ihr nehmen. Je nach Video passt das dann gut rein. Und so könnt ihr mit Effekten arbeiten. So, nun möchte ich euch zeigen, wie ihr zu eurem Videos Text hinzufügen könnt. Denn darauf sind wir bisher noch nicht zum Sprechen gekommen. Aber alles nach und nach. Deswegen wollen wir jetzt Text hinzufügen. Ihr habt jetzt zum Beispiel dieses Video und wollt hier einen schönen Text hier oben darstellen lassen. Dann könnt ihr entweder hier auf Text gehen und könnt euren entsprechenden Text suchen, den ihr gerne hinzufügen möchtet. Oder ihr erstellt diesen Text einfach selber, indem ihr hier auf diesen Textbaustein geht und wählt dann den Textbaustein aus. Der wird euch dann standardmäßig 5 Sekunden hinzugefügt. Ihr könnt den auch von der Dauer dann auch weiter anpassen. Lassen wir das mal so. Der Text wird dann hier angezeigt. Ihr könnt dann dort drauf gehen, klickt dann hier auf Text und könnt dann euren Text eingeben. Ich gebe jetzt hier einfach mal ein als Text, was mir hierzu einfällt. Ich nenne das Ganze einfach mal Big City. So, das nehmen wir also mal so. Jetzt wählen wir unsere Schriftart. Ich gebe jetzt einfach mal diese Schriftart hier ein. Kommt natürlich darauf an, was ihr für Schriftarten auf eurem PC habt. Ihr könnt dann hier die Größe auswählen. Machen wir das Ganze mal ruhig richtig groß auf 100. Und dann können wir das Ganze auch noch breit fett, müssen wir das nicht machen. Wir können dann hier die Position anpassen, linksbündig, rechtsbündig, mittig oder eben allgemein als Blocksatz. Dann haben wir hier auch weitere Vorlagen. Ihr könnt zum Beispiel diese Vorlagen nutzen. Um den Text jetzt woanders hinzuschieben, könnt ihr hier einfach hingehen und den dann an die entsprechende Position ziehen. Er rastet dann auch immer ein, mittig oder eben ganz mittig. Da habt ihr dann eben diese Felder. Und ihr habt eben, wie gesagt, hier verschiedene Vorlagen, die ihr wählen könnt. Und ja, könnt dann im Prinzip hier euren Text so gestalten mit den Vorlagen, wie er euch am besten gefällt. Also das ist ganz, ganz einfach möglich. Hier gibt es wirklich sehr, sehr schöne Vorlagen, die ihr eben nutzen könnt. Auch richtig, richtig viele. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte das gar nicht. Ich möchte mir eine eigene Vorlage in der Hinsicht erstellen. Das zeige ich euch auch gleich. Ihr könnt auch hier Formen wählen. Denn ihr könnt diesen Text zum Beispiel auch so darstellen. Das Ganze dann auch weiter anpassen. Oder als runden Kreis. Oder eben so. Also da habt ihr auch die Möglichkeit, diesen Text dann als Form darzustellen. Oder vielleicht auch nur so. Das könnt ihr dann eben, wie gesagt, weiter anpassen, wie ihr es gerne hättet. Und vielleicht passt das auch je nach Situation. Brauchen wir jetzt nicht. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Big City. Ihr könnt dann auch einen Umriss wählen. Oder ihr geht auf die fortgeschrittene Bearbeitung. Denn hier könnt ihr dann eben noch einstellen. Wollt ihr eine Verlaufsfüllung? Soll also ein Farbverlauf hier stattfinden. Wie soll der sein? Vom Winkel her und so weiter. Das lassen wir jetzt einfach mal. Oder wollt ihr einen Umriss noch da rum haben? Die Dicke könnt ihr dann hier einstellen. Wollt ihr einen Schatten? Also auch das ist hier ganz einfach möglich. Ihr habt hier verschiedene Optionen. Einen Hintergrund, den ihr hinzufügen könnt. Oder eben auch die Form. Wie gesagt, das könnt ihr hier also einstellen. Ich lasse das jetzt einfach mal. Ich möchte die Änderungen nicht speichern. Und nehme jetzt einfach hier als Vorlage diesen Text hier. Der gefällt mir jetzt an dieser Stelle ganz gut. Das lassen wir also. Und nun können wir auch hier auf die Textanimation gehen. Und können zum Beispiel sagen, wenn der Text eingeblendet werden soll, möchten wir das gerne so, dass der hier als Schreibschrift uns eingeblendet wird. Also wirklich Text für Text. Und dann klicken wir drauf. Und dann haben wir zum Beispiel hier dann als Darstellung diesen Text, der dann eben wirklich von der Dauer her, könnt ihr das dann hier einstellen, wie lange das dauern soll, bis der eben dargestellt wird. Und dann wird euch das Ganze so angezeigt. Dasselbe natürlich auch beim Ausblenden. Hier könnt ihr dann einfach sagen, ich möchte zum Beispiel den Text ganz ruhig ausblenden. Die Dauer könnt ihr hier einstellen. Und dann wird der Text am Ende eben so ausgeblendet. Also das ist eben eure Möglichkeit, dass ihr den Text so euch anzeigen lassen könnt. Und ihr habt da auch weitere Möglichkeiten, wie ihr ihn anzeigen lassen könnt. Zum Beispiel so. Also da könnt ihr noch verschiedene Animationen wählen. Und schon könnt ihr eben euren Text so einstellen, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach mit solchen Titeln hier arbeiten, indem ihr diesen Titel ablegt. Der wird euch dann immer speziell schon animiert angezeigt. Auch das sieht richtig gut aus. Da können wir das Ganze auch nochmal machen. Schreiben hier Big City rein. Auch die könnt ihr weiter anpassen. Diese Titel. Könnt natürlich auch sagen, diesen Untertitel brauche ich nicht. Ihr könnt natürlich jetzt hier noch irgendwas reinschreiben. Beziehungsweise jetzt nicht live, sondern eben so live. Genau. Das war jetzt mein Fehler. Also könnte man jetzt irgendwas, was euch hier eben einfällt, könnt ihr hier reinschreiben. Und schon sieht es dann eben so aus. Also wirklich auch sehr schön. Ihr könnt ja also auch mit diesen Vorlagen arbeiten. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Vorlagen. Oder eben auch so Neontitel, die ihr verwenden könnt. Die könnt ihr dann so anpassen, wie ihr möchtet. Und da habt ihr wirklich viele verschiedene Sachen. Auch Untertitel, mit denen ihr arbeiten könnt. Oder eben auch Openers. Also gerade wenn ihr ein Video eröffnet, könnt ihr dann mit diesen arbeiten. Oder hier gibt es auch nochmal Opener-Titel. Ganz, ganz verschiedene große Titel. Auch sowas ist sehr, sehr schön. Sieht auch gut aus, wenn ihr mit solchen Titeln arbeitet. Denn ihr habt dann immer verschiedene Animationen. Und das passt auch wirklich sehr, sehr gut. Also so könnt ihr ganz einfach mit Text arbeiten. Den Text könnt ihr von der Größe her anpassen. Doppelklick drauf gehen. Dann hier eben anpassen. Oder jetzt auf dieses Video. Ihr könnt dann auch hier die Skalierung vom Text direkt anpassen. Das steht euch also frei. Ihr könnt diesen Text natürlich auch drehen. Von der Rotation. Also wie ihr es gerne möchtet. So und nun nochmal ganz kurz die Musik. Wenn ihr nun Musik zu eurem Video hinzufügen wollt. Könnt ihr natürlich die Musik ganz einfach hier in eure Medien hinzufügen. Und könnt dann diese Musik hier drunter ablegen. Ihr könnt aber auch hier zu den Audios gehen. Die es direkt bei Filmora zu finden gibt. Und könnt dann euch KI-Musik erstellen lassen. Ihr könnt also eingeben, was möchtet ihr denn gerne. Möchtet ihr traurige, fröhliche, epische, stimmungsvolle Musik. Ihr könnt dann hier die Genre auch wählen. Das Thema, also speziell für Vlogs oder beispielsweise auch für Werbevideos. Für Videos übers Kochen. Dokumentarfilme. Also da könnt ihr dann im Prinzip die ganzen einzelnen Sachen hier antippen. Ich möchte jetzt Stimmung. Ich möchte jetzt ein Video zum Kochen. Entspannte Musik dazu. Und Genre soll eben gerne zum Beispiel, nehmen wir mal an, so eine Hausmusik sein. Und dann könnt ihr das eben dann ganz einfach euch generieren lassen. Euch werden dann im Prinzip Videos, beziehungsweise, Entschuldigung, Audios vorgeschlagen, die eben dann zu diesem Thema passen. Dann gibt es hier auch noch den KI-Sound-Effekt-Generator. Da könnt ihr dann euren Sound-Effekt beschreiben. Und auch der wird euch dann eben entsprechend vorgeschlagen. Ich gehe jetzt mal hier direkt auf die Sound-Effekte. Und ich finde, wir könnten jetzt hier an dieser Stelle einen Sound-Effekt hinzufügen, nämlich so einen Woosh-Effekt. Und deswegen gebe ich hier oben einfach mal ein Woosh. So kann man das eben machen. Und dann könnte man jetzt hier diese ganzen Sound-Effekte einmal anhören. Und Achtung. Ja, dann könnt ihr im Prinzip ganz einfach diesen Effekt dann hier nehmen und könnt ihr ihn hier dazwischen ablegen. Und dann könnt ihr, wenn dieser Effekt stattfindet, speziell dann eben auch diesen Sound-Effekt dabei haben. Wenn ihr dann noch weitere Anpassungen vornehmen wollt, indem ihr zum Beispiel sagt, naja, das muss noch ein bisschen später starten, dann legt ihr ihn einfach ein bisschen weiter nach vorn. Und dann habt ihr zum Beispiel jetzt einfach mal diesen Sound-Effekt hier hinzugefügt. Ihr könnt natürlich auch Motorsound oder ähnliches einfügen oder hinzufügen. Allgemein könnt ihr eben, wie gesagt, auch hier weiterhin Musik hinzufügen. Also das muss jetzt nicht Gegenstand dieses Videos sein, denn das ist ganz, ganz einfach. Einfach nur Musik nehmen, hier unten ablegen. Also da kann man natürlich einfach diesen Titel hier nehmen. Und schon seht ihr eben selbst, könnt ihr dann die Musik hier euch abspielen lassen. Ihr könnt auch die Musik von der Lautstärke her regeln, indem ihr einfach hier dann das Ganze hoch oder eben runter zieht. Oder ihr klickt Doppelklick auf dieses Audio drauf und könnt dann auch hier die Lautstärke direkt einstellen. Also auch das ist ganz, ganz einfach möglich. Die Klangbalance links oder rechts könnt ihr einstellen, wie es eingeblendet werden soll. Und auch andere Sachen könnt ihr hier weiterhin vornehmen. Gerade wenn ihr auch mal ein Video habt, wo ihr sprecht und habt Hintergrundgeräusche, könnt ihr auch auf KI-Stimmverbesserungen gehen. Dann wird die Stimme weiter hervorgehoben. Unter Umständen hilft das dann auch eben die Stimme zu verbessern. Also auch das sind Neuerungen aus Nummer 14, die ihr dann eben einstellen könnt. Aber das sind so Sachen, das ist nicht von größerer Relevanz. Das einfach selber ausprobieren. Also das zum Audio. Und jetzt nochmal ein Beispiel, wie ihr euch zum Beispiel für dieses Video eine passende Hintergrundmusik generieren lassen könnt. Nehmen wir mal an, ihr seid nicht ganz so einfallsreich. Ihr wisst nicht, welche Musik sich hier zu passend, ja, welche ihr eben verwenden könnt. Dann könnt ihr hier ganz einfach auf die intelligente Hintergrundmusikgenerierung verlassen. Klickt dort also einmal drauf und schon wird euch dann eine passende Hintergrundmusik bereitgestellt. Es werden im Prinzip die Videoinhalte durch eine KI analysiert. Hier werden natürlich jetzt, das Video wird natürlich erkannt, dass es hier um Rennsport, Motorsport geht. Von daher sollte die Musik auch ein bisschen peppiger unter Umständen sein. Und jetzt sind wir gleich mal gespannt, wie dieses Ergebnis ausfällt, was wir hier für eine 15-sekündige Hintergrundmusik bekommen. So, und jetzt wurde uns die Musik bereitgestellt. Wir hören da einfach einmal rein. Ich mache die ein bisschen leiser, damit es nicht ganz zu laut ist. Und dann steht auch direkt Smart Background Musik Generation oder Generator eigentlich. Aber gut, wir schauen einfach mal. Ja, passt wirklich sehr, sehr gut. Also das passt richtig gut hier von der Hintergrundmusik. Zumindest auch, wie es dann am Ende eben ausklingt. Also das hat tatsächlich jetzt hier die KI gut gelöst. Also auch das gefällt mir gut. Falls ihr also so Kurzclips habt und eben nicht wisst, welche Musik ihr verwenden könnt, könnt ihr dann eben auch die hier direkt erzeugen. Mithilfe der KI und müsst euch da keine weiteren Gedanken machen. Wenn ihr im Übrigen mal Infimora Musik habt, die aber jetzt von der Dauer her nicht ganz reicht. Ich habe zum Beispiel hier so eine Opener Musik, die geht aber nur 16 Sekunden. Ich kann die auch nicht weiterziehen, denn die ist wirklich schon am Ende. Ich kann sie nur verkürzen. Ihr möchtet die aber gerne, sag ich mal, doppelt oder dreifach so lang haben. Dann habt ihr auch weiterhin hier die Möglichkeit, hier auf dieses Symbol zu gehen. Das ist nämlich das Strecken der Audiospur und geht an die Audiospur heran und könnt die dann im Prinzip noch auf eine x-beliebige Länge ziehen. Und schon wird euch diese Audiospur dann auch verlängert. Sie wird dann wiederholt, aber eben so clever, dass ihr diese Übergänge nicht merkt. Also ihr habt dann wirklich eine ordentliche Musik, die euch hier eben abgespielt wird. Ihr habt da also kein direktes Ransetzen. Es ist also nicht so, dass wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt hier einmal diese Opener Musik und setze sie nochmal ran und nochmal. Nein, so ist es nicht. Es sieht völlig anders aus, deswegen ich strecke sie hier auch nochmal um das Doppelte. Ihr habt dann also wirklich ein anderes Bild und es wird wirklich clever dann eben erweitert. Ihr hört diese Übergänge dann nicht. Das passt dann sehr gut zusammen. Also so könnt ihr auch Musik ganz einfach strecken. Nun ein wichtiger Punkt bei der Videobearbeitung und das ist eben jetzt speziell für fortgeschrittene Anwender, wenn ihr wirklich nicht nur Videos schneiden wollt, sondern eben zum Beispiel auch noch spezielle Sachen in einem Video demonstrieren wollt. Jetzt kommen wir mal zu der Keyframe-Bearbeitung, denn mit Keyframes könnt ihr wirklich Animationen in eurem Video erstellen. Ihr könnt Sachen, die sich eigentlich nicht bewegen, bewegen lassen. Ihr könnt zum Beispiel jetzt in diesem Video, wir haben hier ein Video, wo man einfach um diese Burg herumfliegt, aber mehr passiert hier auch nicht. Wir können jetzt ganz einfach nachträglich einen Zoom hinzufügen, indem wir Doppelklick auf das Video draufgehen und schon kommen wir auch dann hier zu den Keyframe-Einstellungen. Wir können also jetzt hier direkt die Keyframes setzen. Ich aktiviere immer einmal alle und dann seht ihr schon hier auf eurer Timeline habt ihr jetzt einen Punkt gesetzt. Und wir gehen mal weiter rein, dann können wir jetzt theoretisch, sage ich jetzt mal auf der Timeline, eine Sekunde oder mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, so drei Sekunden und setzen hier den nächsten Keyframe. Und nun muss sich was zwischen diesem Keyframe und diesem Keyframe verändern. Wir können also jetzt hier die Skalierung erhöhen, deswegen skaliere ich in das Video einmal weiter rein. Wir zoomen dann also rein und vor allem wollen wir auch die Position ändern. Wir können jetzt also hier die Position der Y-Achse verändern oder wir könnten natürlich auch das Video einfach direkt nehmen und schieben es uns dahin, wo wir es gerne hätten. Und wenn wir jetzt das Ganze nochmal abspielen, seht ihr, wir zoomen jetzt in dieses Video langsam rein und wir haben dann eben jetzt hier Bewegung zu diesem Video hinzugefügt. Das ist doch wirklich genial, wie ihr seht. Wir haben also tatsächlich jetzt einmal Bewegung hinzugefügt und das Ganze kann man dann natürlich auch wieder rückgängig machen. Wir halten es erstmal bis zu dieser Sekunde, deswegen setzen wir da einen weiteren Keyframe, lassen diesen Keyframe und diesen Keyframe im Prinzip unverändert. Denn das bedeutet, wir haben genau dieselben Parameter von diesem Keyframe zu diesem Keyframe. Es ändert sich nichts und jetzt sind wir bei Sekunde 25 ungefähr, wollen wir dann wieder rauszoomen an der Sekunde 27, also genau hier dazwischen. Und dann stellen wir einfach wieder das Video auf 100% ein und schieben es an die richtige Richtung, so wie es war. Und dann seht ihr eben, haben wir hier in das Video hinein gezoomt. Das Video läuft weiter und jetzt zoomen wir einfach wieder raus. Wir haben also hier speziell jetzt auf diese Borg den Fokus gelegt und haben da also einfach mal in das Video hinein gezoomt, was eigentlich nicht da war. Wir hätten jetzt natürlich auch hier eine Rotation hinzufügen können. Gut, das passt jetzt nicht, aber wir können das Video dann einfach auch rotieren lassen. Also auch das ist möglich. Ja, das ist also auch möglich, dass man einfach dann rotiert und dann wieder rauszoomt. Sieht natürlich jetzt nicht ganz so passend aus, aber auch das kann man eben machen. Das ist ja auch mal für euch zur Info. Und so könnt ihr eben mit den Keyframes arbeiten. Ihr könnt auch weiterhin mit den Keyframes arbeiten, indem ihr zum Beispiel ein Video dann verdunkelt. Ihr geht also weiter runter, setzt dann hier die Deckkraft noch auf 100% und weiter hinten setzt ihr die Deckkraft dann auf 0%. So könnt ihr zum Beispiel ein Video am Ende auch ausblenden lassen und das eben so von der Dauer, wie ihr das gerne möchtet. Denn ihr könnt diese Keyframes hier ganz einfach anpassen und hin und her schieben oder eben auch wieder entfernen. Und so könnt ihr eben verschiedene Parameter von eurem Video ganz einfach einstellen. Das ist wirklich genial und wenn ihr die Keyframes weiter bearbeiten wollt, könnt ihr dann hier drauf gehen auf diesen Punkt. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch hier mit der Fahrtkurve etwas einstellen. Ihr könnt aber zum Beispiel allgemein auch diese Keyframes, wie sie eingeblendet werden sollen, einstellen. Also zum Beispiel diesen ganzen Keyframe-Bereich hier etwas verlangsamen. Dann werden diese Zoom-Bewegungen einfach nochmal ein bisschen geschmeidiger und das wirkt dann einfach nochmal ein bisschen schöner. Also auch das kann man eben machen. Dann hat man dann einfach bei diesen Keyframes noch weitere Möglichkeiten. So sieht das also aus. So könnt ihr hier mit diesen Keyframes auch ganz einfach arbeiten und könnt eben Bewegungen zu eurem Video hinzufügen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch mit den Keyframes hier solche Elemente weiter animieren. Ihr seht schon selbst, das ist im Prinzip jetzt ein Sticker, den ich ausgewählt habe hier aus diesen Stickers. Den habe ich hinzugefügt. Und ja klar, der ist zwar auch schon animiert, aber er bewegt sich einfach an dieser Stelle nicht mehr. Ich werde ihn jetzt direkt mal hier oben beginnen lassen, diesen Sticker. Und ich möchte jetzt, dass dieser Sticker, wenn er dann da erscheint, mal einmal hier über das Bild fährt. Also da klicke ich auch Doppelklick drauf, setze hier dann unseren Keyframe. Also das ist unser erster Keyframe. Der ist dann ganz normal dort, wo er eben war. Und er soll jetzt bis zu dieser Sekunde einmal die Position ändern und einmal über dieses Bild fahren. Ja, bis hier rüber. Und von daher habe ich das jetzt eingestellt, die X-Position verändert. Er wird also hier erscheinen und fährt dann einmal über dieses Video. Also auch das ist möglich mit Keyframes. Wir könnten jetzt dann sagen, er soll dann an dieser Stelle hier kurz noch bleiben. Und wir setzen dann die Deckkraft, die ist hier auf 100%. Setzen sie bis hier hin, dann auf 0%. Also er soll langsam ausgeblendet werden. Und schon habt ihr dann eben auch diese Möglichkeit. Also ihr seht schon selbst, ihr könnt also auch mit diesen Keyframes weitere Elemente animieren. Oder zum Beispiel hier auch die Rotation von mir aus einmal komplett ändern. Also auch das ist möglich. Er fährt einmal so rüber. Also sowas kann man eben auch mit Keyframes ganz einfach machen. Ihr seid also nicht nur auf euer Video beschränkt, sondern ihr könnt natürlich auch solche Sticker und andere Elemente weiter animieren. Und nun zeige ich euch eine ganz geniale Funktion in Filmora 14, nämlich die Maskenfunktion. Das gehört auch wirklich zur fortgeschrittenen Bearbeitung. Denn ihr könnt mit den Masken ja verschiedene Bereiche in eurem Video freistellen, isolieren. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier sagen, ich tausche diesen Himmel aus gegen einen ganz anderen Hintergrund. Oder ich möchte hier in diesem Haus etwas anzeigen lassen, beispielsweise wie so eine Art Werbetafel. Also ich schneide das hier irgendwie, jetzt rennt aus und lege dann da ein anderes Video hinter. Also das ist auch möglich. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir hier den Himmel ganz einfach verändern können. Wir klicken dafür Doppelklick auf das Video drauf, gehen dann hier auf die Funktion Maske und da habt ihr dann verschiedene Formen, die ihr wählen könnt, wie ihr zum Beispiel etwas verändern wollt. Zum Beispiel, ich zeige euch das mal ganz abstrakt. Wir legen jetzt hier mal, wir klicken mal auf Stern. Jetzt haben wir diesen Stern im Prinzip ausgewählt, wir machen mal Maske umkehren und jetzt haben wir hier einen schwarzen Fleck. Und in diesem schwarzen Fleck könnte ich jetzt ganz einfach ein anderes Video ablegen. Ich lege das Video mal eine Spur nach oben und lege jetzt mal dieses Video drunter und schon würdet ihr sehen, habt ihr also jetzt hier ein Video im Video. Das ist jetzt nicht ganz so passend, das passt überhaupt nicht. War jetzt nur mal so als Beispiel gewählt, damit ihr mal seht, was überhaupt diese Funktion ist. Jetzt lege ich wieder Doppelklick drauf. Also das sind im Prinzip solche Formen. Da könnt ihr dann Sachen ausschneiden bzw. eben separat hinterlegen. Wir gehen mal speziell auf die KI-Maskierung, denn das ist im Prinzip auch ein neues Feature. Und da habt ihr jetzt einen Pinsel. Ihr könntet also separat die Bereiche auswählen, die ihr denn gerne ja sozusagen freistellen bzw. maskieren möchtet. Ihr könnt aber auch hier drauf gehen, geht auf Zeichen auswählen. Also ihr wählt dann selber verschiedene Objekte aus. Oder ihr lasst eben speziell Filmora das Motiv erkennen. Und wenn ihr da drauf geht, Filmora erkennt dann als Motiv im Prinzip den Hauptteil von eurem Video. Und das ist eben hier diese Stadt. Und das wird dann eben hier ganz einfach auch maskiert und freigestellt. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, können wir dann an dieser Stelle jetzt diesen Himmel verändern. Wir gehen also jetzt mal hier auf die Archivmedien und ich lege da jetzt einfach mal dieses Video. Ja, das muss drunter gelegt werden. Also lege ich dieses Video einmal drüber und lege jetzt dieses Video. Ja, das passt natürlich jetzt von der Dauer her nicht. Ist auch was mir egal. Soll einfach jetzt nur uns mal so angezeigt werden. Da habt ihr jetzt also hier einen ganz anderen Himmel. Und um das jetzt weiter anzupassen, diesen Übergang vor allem herzustellen. Wir haben ja hier ein viel helleres Video. Könnte man jetzt sagen, wir machen die KI-Maskierung und machen hier einfach nochmal eine gewisse Unschärfe bringen wir rein. Sodass dieses Video dann verwaschener, verschwommener wirkt. Und jetzt könnten wir zum Beispiel auch sagen, wir verändern die Farbe einfach nochmal. Und gehen hier auf die Farbe und machen das Ganze vielleicht, wenn ich jetzt hier auf E verstehe. Ja, passt noch nicht ganz so. Vielleicht mal das wählen. Ja, das passt schon ein bisschen besser. Klicken wir mal da drauf. Und gehen dann einfach nochmal auf die Temperatur. Das Ganze lassen wir wärmer wirken. Klar, hier hinten haben wir jetzt diesen Berg. Das passt vielleicht nicht 100% mit dem Himmel. Aber das sieht dann schon wirklich ganz gut aus. Vielleicht auch die Helligkeit noch ein bisschen runter reduzieren. Und schon seht ihr einfach mal, haben wir jetzt diesen Hintergrund geändert. Beziehungsweise diesen Himmel verändert. Wir hatten eben einen blauen Himmel. Jetzt haben wir eben diesen anderen, dunkleren Himmel. Klar, wir haben jetzt hier, ist es vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, diesen Berg, der hier dann so ein bisschen scharfkantig noch drin liegt. Aber das kann man eben bei anderen Sachen noch wirklich besser darstellen. Trotzdem habt ihr so ganz einfach mal schnell euren Himmel verändert, indem ihr mit der KI-Maskierung gearbeitet habt und da eben das Motiv ausgewählt habt. So könnt ihr hier also ganz, ganz einfach solche Sachen verändern. Wirklich genial, wie ich finde. Und ja, von daher probiert das auf jeden Fall mal aus. So könnt ihr verschiedene Bereiche in eurem Video verändern. und eben andere Videos dort hineinlegen. Eine weitere geniale Funktion, wenn ihr Personen in eurem Video habt oder vielleicht auch selbst vor der Kamera sitzt und ihr habt vielleicht nicht den optimalen Hintergrund. Nehmen wir an, ihr sitzt jetzt einfach vor so einer Wand. Das sieht natürlich alles ganz gut aus. Aber ihr wollt gerne den Hintergrund verändern. Dann könnt ihr ganz einfach dieses Video weiter nach oben legen und sucht euch entsprechend einen Hintergrund aus, der euch gefällt. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal dieses Video. Ich möchte jetzt sozusagen diese Frau an diesen Ort bringen. So, jetzt lege ich dieses Video erstmal. Ich lasse es hier liegen. Genau, klicke dann auf dieses Video hier. Doppelklick drauf von dieser Frau. Gehe dann auf Video. Grundlegend auf die KI-Tools und dort findet ihr dann den KI-Portrait-Ausschnitt. Klicken wir einmal da drauf und schon werdet ihr sehen, habt ihr im Prinzip hier, wenn das Ganze einmal verarbeitet ist, diese Frau direkt sauber ausgeschnitten. So, ihr habt also jetzt diese Frau einmal sauber ausgeschnitten, wie man das hier sehen kann. Es wird wirklich dann auch von der Bewegung her verfolgt. Das passt soweit wirklich sehr gut. Ihr werdet im Übrigen im Präzisionsmodus, dass es wirklich sehr, sehr sauber auch von der Bewegung verfolgt wird. Es gibt auch den Instant-Modus, wie man ihn vorher kennt. Das geht dann deutlich schneller, wenn man den ausbählt. Wir könnten jetzt natürlich diese Frau auch hier mit solchen Neonfarben hier zum Beispiel hinterlegen. Das sind so ein paar nette Spielereien. Kann man auf jeden Fall machen, wollen wir aber hier an dieser Stelle jetzt nicht. Und wir können jetzt ganz einfach hier dieses Video drunter legen. Dann natürlich nochmal dieses Video von der Größe her anpassen. Und schon seht ihr eben, haben wir diese Frau jetzt an einen anderen Ort gebracht. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach möglich. Wir haben den Hintergrund also hier geändert, die Frau ausgeschnitten. Und das funktioniert eben hier mit dem Filmora 14 sehr, sehr gut. Sehr, sehr schnell vor allem. Und da könnt ihr dann also damit ganz einfach arbeiten. Nun zeige ich euch ein weiteres neues Feature aus der neuen Version von Filmora 14. Und das ist die Flächenverfolgung. Wenn ihr zum Beispiel hier solch ein Schild habt oder andere Flächen, die ihr verfolgen wollt. Klar, früher könnt ihr das mit der Bewegungsverfolgung ganz einfach tun. Aber das war teilweise unpräzise. Wenn ihr nun mit der Flächenverfolgung speziell hier so ein Schild verfolgen wollt und da dann zum Beispiel etwas anderes anzeigen lassen wollt, ist das ganz einfach möglich. Ihr klickt dafür Doppeltklick auf dieses Video drauf und geht dann auf die KI-Tools. Hier findet ihr dann die Flächenverfolgung. Da setzen wir einmal den Haken und nun können wir hier wählen Auto, Tracker oder eben erweitert. Ich nehme jetzt gerne das erweiterte Tool, denn das ist einfach besser. Und nun haben wir eben hier unsere Punkte, diese vier Ecken, die wir auswählen können. Und wir wählen jetzt hier einfach dieses Schild aus, speziell eben diese grüne Fläche. Da arbeiten wir auch wirklich präzise hier an den Ecken und Kanten und setzen eben hier mit diesem Tool die Punkte entsprechend. Und dann seht ihr eben, haben wir jetzt hier unsere Punkte gesetzt. Das sieht gut aus. Nun können wir hier dann auch die Genauigkeit einstellen. Ich wähle jetzt einfach mal hoch und am Ende gehen wir hier auf Analysieren. Und schon wird eben diese Fläche von diesem Verkehrsschild analysiert und eben von der Bewegung verfolgt. Denn dieses Video, das bewegt sich, es ist nicht statisch. Ansonsten wäre das ja alles ganz einfach noch möglich. Aber gerade wenn wir eben Kamerabewegungen drin haben, ist das nicht ohne weiteres möglich, eben solche Bewegungen anständig zu verfolgen. Nun aber in Filmora ist es doch möglich. So, nun wurde diese Fläche verfolgt. Wir haben also jetzt hier auch diese Fläche direkt so grün eingerahmt. Und nun erstellen wir ein weiteres Element. Ich gehe jetzt hier auf diesen Punkt, denn hier kann ich Rechtecke speziell so Formen erstellen. Falls das bei euch nicht angezeigt wird, könnt ihr auch direkt hier drauf gehen auf dieses weitere Symbol. Und könnt dann eben die ganzen Funktionen, die Filmora 14 so bietet, hier auch bei euch hinzufügen. Ich habe jetzt hier dieses Rechteck. Das erstelle ich mir und ziehe jetzt einfach hier so ein Rechteck so hin in der Größe von diesem Schild. Ich klicke dann auch nochmal auf dieses Rechteck drauf. Doppelklick. Und hier kann ich dann nämlich bei dem Punkt Füllen die Farbfüllung auswählen. Und wähle als Farbfüllung genau das Grün von diesem Verkehrsschild. So, das also dazu. Und nun gehen wir doppelklick wieder auf unser ursprüngliches Video drauf. Gehen dann auf die Flächenverfolgung und gehen auf verknüpftes Element. Und wählen hier das Rechteck aus. Jetzt ist das Rechteck direkt da drin. Wir geben wieder doppelklick auf das Rechteck und passen es jetzt von der Skalierung her entsprechend an. So, von der Höhe. Es wird also auch direkt nur dort rein angepasst. Ihr habt also jetzt die entsprechende Größe. Und schon ist dann eben dieses Schild jetzt ganz einfach verdeckt und abgedeckt worden. Mit diesem grünen Rechteck-Element. Sieht doch auch wirklich gut aus. Ihr habt also keinen Text mehr drauf stehen und trotzdem wird dieses Schild verfolgt. Also nehmen wir mal an, ihr seid irgendwo, habt ein Objekt, was rechteckig ist, mit einer Werbeaufschrift, die ihr vielleicht nicht präsentieren wollt oder ähnliches. Dann könnt ihr eben diese Flächenverfolgung nutzen. Macht dort ein anderes Element drauf. Eine Hintergrundfarbe oder vielleicht auch noch Text. Und dann habt ihr es im Prinzip abgedeckt. Also das ist im Prinzip diese Flächenverfolgung wirklich sehr, sehr einfach. Ich hatte euch ja eben bereits schon gesagt, wir können da noch Text hinzufügen. Deswegen kopiere ich jetzt einfach nochmal dieses Video, was ich bereits jetzt hier schon habe. Das lege ich nochmal eine Videospur dann drüber ab. Wir brauchen hier jetzt nicht das Rechteck. Diese Videospur mache ich wieder auf. So, wir brauchen jetzt hier nicht das Rechteck. Wir haben es jetzt also nochmal ganz kurz so. Nun können wir also hier auch einen Text erzeugen. Ich nehme jetzt diesen Textbaustein und lasse den jetzt einfach mal so mit Text hier. Ist ja vollkommen egal. Wähle wieder eine entsprechende Schriftart. Mach das Ganze auch von der Größe her groß genug. Also einfach so. Und nun können wir dann dieses Textelement auch wieder zu dieser Bewegung bzw. zu der Flächenverfolgung hinzufügen. Wir haben jetzt hier das Ganze kopiert. Wir haben kein verknüpftes Element. Und wählen jetzt hier einfach diesen Basic One Text. Können jetzt dann diesen Text von der Größe her, von der Skalierung her auch noch etwas weiter anpassen. Und eben natürlich auch von der Position. Wir schieben den jetzt also da hin. Das ist also auch hier ganz einfach möglich. So, und nun können wir diese Videospur ausblenden. Und jetzt haben wir hier unseren Text auf diesem Verkehrsschild. Also so könnt ihr auch ganz einfach andere Werbung oder ähnliches auf etwas schalten, was ihr abgedeckt habt. Und das wird eben von der Bewegung hier verfolgt. Also so kann es eben auch aussehen. Es ist wirklich genial, diese Flächenverfolgung. Das ist neu. Aus Filmora 14. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Also befolgt diese Schritte. Und dann könnt ihr eben auch Text hier hinzufügen. Oder eben auch andere Flächen abdecken. Und jetzt zeige ich euch eine weitere Neuerung aus der neuen Version von Filmora 14, nämlich die KI-Video-Verbesserung. Ihr seht vielleicht schon selbst dieses Video, wo wir vorhin dran herum bearbeitet haben. Das ist von der Qualität nicht ganz so gut. Das war auch kein Full-HD-Video, sondern nur ein Video in einer Auflösung von 960x540 Pixel. Und das können wir aber jetzt eben auch verbessern mit der KI-Video-Verbesserung. Da haben wir jetzt einfach doppelt auf das Video draufgeklickt. Wieder Video KI-Tools. Und dort findet ihr dann die Video-Verbesserung. Klickt die einmal an. Und dann könnt ihr auf Generieren klicken. Und schon wird eben dieses Video durch die KI verbessert. Es wird hochskaliert auf eine höhere Skalierung gebracht. Und anschließend schauen wir uns das Ergebnis mal an. So, jetzt wurde die Verbesserung durchgeführt. Und nun haben wir eben hier unser Video, wie es jetzt auch steht, als AI-Ultra-HD. So, und nun sieht eben dieses Video tatsächlich deutlich besser aus. Also, ihr habt hier mit dieser KI-Video-Verbesserung nochmal wirklich ein hochauflösenderes Video gezaubert. Ihr bekommt einfach mehr Pixel rein. Eine etwas höhere Pixeldichte sozusagen. Das Video bleibt natürlich an sich gleich. Aber ihr habt einfach dadurch das Rauschen von diesem Video entfernt. Hier steht auch KI-Video-Verbesserung ist eben durchgeführt. Ihr habt das Rauschen so ein bisschen, diese einzelnen Pixel, die man vielleicht sieht, verbessert. Also, gerade auch, wenn ihr Videos habt, die ihr von eurem Smartphone im Dunkeln aufgenommen habt. Da habt ihr ja oft auch so ein bisschen so ein Krieseln drauf. Das könnt ihr auch mit der Video-Entstörung, das ist auch ein neues Feature, noch ein bisschen kletten. Ja, also auch das ist möglich. Oder ihr macht einfach die KI-Video-Verbesserung. Auch da bekommt ihr dann einfach ein störungsfreieres Video. Es sieht einfach besser aus. Also, gerade wenn eure Videos nicht perfekt sind, führt das einfach mal durch. Es lohnt sich. Es gibt natürlich noch eine Menge von weiteren KI-Tools hier. Hier in der neuen Version von Filmora 14. Es gibt zum Beispiel auch hier das Tool Sprache zu Text. Also, falls ihr ein Video habt, in dem ihr selber sprecht oder Stimmen zu hören sind, dann könnt ihr diese Stimmen direkt zu Text, also Untertiteln umwandeln lassen. Und auch gibt es natürlich noch weitere, wie zum Beispiel auch ein KI-Objektentferner. Ihr könnt also aus eurem Videos störende Objekte, zum Beispiel Graffiti, die man an der Wand sieht oder ähnliches, könnt ihr entfernen lassen. Dann gibt es auch das weitere Tool Text zu Sprache. Also, falls ihr Text schreibt, ein Skript, könnt ihr das dann von jemandem anders sprechen lassen. Auch das ist möglich. Oder eben auch eine Übersetzung. Falls ihr also ein Video habt auf Englischer, Spanischer oder anderer Sprache, könnt ihr das dann einfach übersetzen lassen. In deutsche Sprache oder auch wieder auf eine andere Sprache. Je nachdem, wie ihr es gerne hättet, ist es also auch möglich und das Ganze auch mit Untertiteln unterlegen. Und ansonsten gibt es trotzdem noch weitere KI-Funktionen, klar, wie zum Beispiel auch das KI-Bild. Ihr könnt hier also Bilder generieren lassen, aber das soll jetzt nicht weiter Gegenstand dieses Video sein. Filmora ist wirklich voll mit KI-Funktionen. Wirklich ein ordentliches Programm, was auch wunderbar funktioniert und einfach in der Bedienung ist, wie man auch sehen kann. Also von daher, das nur noch mal hier am Rande erwähnt. Und wenn ihr nun mit eurem Video fertig seid, ihr habt also euer Meisterwerk vollbracht und wollt es jetzt exportieren, dann könnt ihr das natürlich auch ganz einfach tun. Ihr geht dann hier oben auf Exportieren, denn jetzt könnt ihr euer Video eben wirklich fertig machen, also zu einem Video bringen. Ihr könnt hier den Namen eingeben von eurer Datei, ihr könnt hier den Speicherort wählen und könnt dann eben auch hier die Vorlagen wählen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch direkt auf Einstellungen gehen und dann eben wählen, was möchtet ihr für eine Qualität, gut, besser oder beste. Ihr könnt natürlich auch hier die Bitrate von eurem Video dann, wie es ausgegeben werden soll, selber einstellen. Ihr seht schon selbst, wenn ihr dann über 10 kommt, beziehungsweise über 8, ja ab 8, ab 10 ist es dann eben die beste Qualität. Wählt also wirklich was hohes aus, je nachdem wie auch eure Videos von der Ausgangsqualität sind, dann könnt ihr also hier verschiedene Sachen noch einstellen, auch die Audioqualität, auch hier möglichst hohe Zahlen einstellen, dann auf Anwenden gehen und dann eben auch die Auflösung von eurem Video, die Framerate von eurem Video könnt ihr hier einstellen. Da habt ihr also auch ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten noch. Ihr könnt auch von diesem Video im Übrigen direkt noch anschließend ein Auto-Highlight-Video erstellen. Das eignet sich sehr, sehr gut für YouTube-Shorts oder eben auch für TikTok-Videos, denn dann könnt ihr eben hier, aus diesem Video werden dann die Highlights direkt rausgesucht und euch wird dann noch ein zweites kurzes Auto-Highlight-Video abgelegt oder auch dieses Video, was ihr erstellt habt, könnt ihr auch noch reframen lassen, also in ein anderes Format bringen. Und dann geht ihr anschließend letztlich nur auf Exportieren und schon wird dann euer Video auch direkt exportiert. Ihr könnt auch dafür für dieses Video noch ein Thumbnail, ein Vorschaubild erstellen. Geht dafür einfach hier auf Bearbeiten und schon seht ihr dann eben verschiedene Miniaturansichten. Ihr könnt dann euer Video durchgehen und könnt dann entsprechend die Bilder auch ändern. Ich lasse jetzt einfach mal dieses Bild, gehe dann hier auf Bearbeiten und dann könnt ihr zum Beispiel auch noch speziell dieses Bild, je nachdem, was ihr eben hier habt, könnt ihr dann eben zum Beispiel sagen, ja, es ist jetzt eh so wie so eine Art Travel-Vlog, den ich hier habe und ich erstelle hier gleich noch ein Thumbnail am Ende, sodass ich dann eben sage, gut, ich schreibe jetzt hier eben was rein, ändere den Text um, ändere vielleicht auch noch die Größe und schon habe ich direkt gleich ein Thumbnail, eine Vorlage für meinen YouTube-Kanal und andere Videos sollen vielleicht auch in einem ähnlichen Muster sein. Dann kann ich dann eben auch immer wieder diese Vorlagen nutzen und habe dann vor allem eben auch ein einheitliches Bild von meinen Videos. Also auch das ist hier ganz einfach möglich, indem ihr eben dann diese Vorlagen hier nutzt. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt natürlich auch Sachen entfernen, wenn euch die mal nicht so passen. Hier wechseln wir einmal wieder und da habt ihr dann eben verschiedene Möglichkeiten. Ich bin jetzt nur meine Kategorie Vlogs hier unterwegs, denn das passt und jetzt könnt ihr auch alles nochmal anpassen, wie ihr es gerne hättet. Also so könnt ihr dann schön eure Thumbnails direkt erstellen, könnt das dann speichern und das wird euch eben auch mit rausgegeben. Und nun ist eure Kreativität gefragt. Jetzt seid ihr dran. Ihr könnt jetzt mit der Videobearbeitung von Filmora14 beginnen. Checkt gerne den Link unten in der Videobeschreibung aus, denn dann kommt ihr auf die Seite von Wondershare Filmora14 und könnt das Programm dort kaufen oder eben auch erstmal in der Testversion testen. Ansonsten, falls ihr meint, ich soll noch weitere Videos machen zu diesem Programm, speziell um auch weitere Neuerungen einzugeben, um andere Funktionen nochmal detaillierter vorzustellen, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Ich schaue dann gern, was ich da in dieser Hinsicht noch machen kann und werde dann gegebenenfalls dieses Video auch noch hier auf dem Kanal bringen. Also schreibt da auf jeden Fall einen Kommentar. Ansonsten seid ihr jetzt, wie gesagt, dran. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie euch dieses Video gefallen hat. Ob ich euch hier weiterhelfen konnte, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten lasst ein Abo und ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.